Ja, nachladen ist halt schon kacke, ne? Oh Gott, ein Sniper. Wo, wo? Ah. Aha, und grad wollte ich noch ne Ausweichrolle machen. Aha. Okay, das heißt hier oben ist ein großer. Da steht aber noch einer. Ja, ohne Helm ist ich kacke, ne? So, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, kommst du gleich hochgelaufen, fast. Danke. Was sind die denn alle? Fürs Erste. Er sagt, das war's. Wow, grad irgendwann waren ja noch 100 Leute. Hier. Gut. Sam? Da bist du ja. Auf, hoch mit dir. Hallo. Fertig, fertig. Guck mal, was du da oben findest. Na gut. Ah, okay. Danke. Okay, da runter wäre jetzt wahrscheinlich nicht so geil. Achso, ne, das war... Oh Gott. Hätte... ... ein riesen Fail sein können. Okay. Oh, Mist. Alter. Drake, bitte. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Okay. Noch weiter hoch. Ja, da. Ja, da. Wie geht's dir da hinten? Wie geht's dir da hinten? Ist ne super Aussicht. Gibt's auch mal wieder sicheren Boden, oder? Ist das ne Fremdwort in dem Spiel? Den Sprung schafft er niemals. Alles klar. Unterschätzt. So, sind wir oben. Und jetzt? Sehr nice. Wow. Okay, so wie's aussieht, müssen wir ja hier rüber. Beziehungsweise erstmal in das geile Haus. Ich frage mich jetzt echt immer noch, wie die das alles erbaut haben. Ohne... Ohne wirklich Werkzeug oder Maschinen oder sonstiges. Also echt Respekt an die Bauten hier. Oh, mein Schatz. Oh, toll. Ansonsten kein Weg mehr. Naja, hat sich trotzdem gelohnt. Oh. Okay. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja. Vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß... Wir gehen mal hier hoch. Hier oben ist nichts. Okay, dann muss es doch unten weitergehen. Ich frage mich echt, wo Rafe ist. Weil wir haben ihn schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Nadine auch nicht. Boah. Was haben wir denn hier? Ah. Verdammt. Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist dir passiert? Irgendein... Ja. Das war eine rhetorische Frage. Ja. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Das ist wirklich eine gute Frage. Da hat anscheinend wohl einer den anderen hintergangen. Es könnte sogar sein, dass einer der... anderen Kapitäne... vielleicht... oder mehrere der anderen Kapitäne... ähm... in einem Team waren und... Avery im anderem Team. Und die wollten ihn stürzen, so wie es aussieht. Okay. Dann... Oh, schade. Und erleben wir den Überraschung. Na, nicht ganz. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja. Hinweise suchen. Jetzt hätten wir eine andere Möglichkeit. Kapitel 15. Die Diebe von Libertalia. Okay, ich glaube, das könnte sogar das letzte Kapitel sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel das Spiel hat. Ich glaube aber 15. Also 15 oder 16 sind's. Da ist was. Oha. Mit Rüstung. Nicht gerade der beste Tod, glaube ich. So. Dann versuchen wir mal hier hoch zu gehen. Ich habe nämlich... ...die Lian gesehen. Oder die Ketten. Wir müssen wahrscheinlich... ...gucken, dass wir da drüben rüberkommen. Oder? Ah. Sieh einer an. Die Bilder. Dieb, dieb. Dieb. Wow, das ist ja bei fast allen. Haben die ihn alle verraten? Gute Frage. Was, wenn... ...nichts von dem Schatz übrig ist? Sie haben alles für Marmorböden ausgegeben. Und die Siedler finden raus, dass ihr Geld weg ist. Sind sauer. Ja, vielleicht. Ich glaube, ich muss die Kette da freimachen, oder? Oh, sein Kopf. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit der Kette... ...zure anderen Kette da vorne rüber muss. Aber er hält sich nicht fest. Okay. Dann untersuchen wir erstmal alles. Schade. Dieb. Ja, das Dieb steht auf allen... ...Bildern. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Okay. Versuchen wir mal weiter. Schade. Schade. Oh. Ach, schade. So viel Glück haben wir nicht. Wo ist das ganze Zeug hin? Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Moment. Nathan, hier drüben! Nathan, schade das an. Was hast du da? Libertarier-Geld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen... Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertarier. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder. Nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Hm. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertarier? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Avery war aus Devon in England. Ach, es könnte alles so einfach sein. Also, wie kommen wir da hoch? Ja, dafür würde ich jetzt gerne die Ketten dahinten nutzen. Aber er hat mir noch was dagegen. Ich habe eine Idee. Hilfst du mir eben? Okay. Ah. Nate, schau dir das mal. Ist da ein Weg? Anscheinend. Dann helfen wir ihm natürlich. Oh, wow. Das war ein Kronleuchter. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt dürfen die Bilder halt nicht kaputt gehen. Oder runterfallen. Entschuldigung. Werter Herr. Na, der Turm hat hier einiges ausgehalten, so wie es aussieht. Okay. Lassen, siehst du den Turm? Klar. Lass mich mal hoch. Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Dachte, man könnte da hoch. Warum auch immer ich das gedacht habe. Okay. So, gehen wir mal weiter hoch. Ah, wie nett. Ganz schön aufgeregt. Ja, raus da. Bin mal gespannt, was wir finden. Na gut, ich habe hier was. Oh, dann lass mal fallen. Was für ein Ausblick, ha? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Ja, muss du sagen. Los! Hier müssen wir runter. Ich werde allerdings hier jetzt einen Schnitt machen und die Aufnahme beenden mit der großartigen Aussicht hier. Beim nächsten Mal werden wir da rüber gehen und hoffentlich irgendwann mal den Schatz von Avery finden, der ihm geklaut wurde. Und ja, ich denke mal, es wird noch ganz actionreich, da wir Rafe und Nadine eine ganze Weile nicht gesehen haben. Also es wird noch recht spannend. Ich bedanke euch bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Wir Tschüss! hertz